Oh mein Gott, ha 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 Ja wir machen das jetzt relativ flott, ich will noch ein paar Packs ziehen, warte mal Wie viele Packs haben wir denn noch? Hälfte ist schon weg Ich hoffe wir sind jetzt noch nicht alle weg Sagst du mir schon mal eine Zahl zwischen 1 und 3 Für den Boden 52 haben wir noch, ich muss jetzt schnell aufmachen Ja, oh mein Gott Holy Shit Nein, nein Jungs, Jungs Das ist mein erster Ronaldo, den ich jemals gezogen hab Das ist der fucking 99er Ronaldo Oh mein Gott Oh mein Gott Holy Shit Holy Shit Okay, damit hab ich nicht gerechnet Okay, damit hab ich nicht gerechnet Damit hab ich nicht gerechnet Oh mein Gott, mein Herz Okay, ich bin durch, ich bin durch Es ist fucking, oh mein Gott Oh mein Gott 99er Ich dachte gerade Portugiese Verdammt, jetzt ist das wieder irgendein fucking No-Hand Der Low Budget ist 99er Ronaldo, meine lieben Freunde Ey, nur mal kurz nebenbei Nur mal kurz nebenbei Oh mein Gott Holy Nice Grüße gehen raus Kann man mal machen Easy going, würde ich mal sagen Oh mein Gott Ja, dann können wir die anderen Packs nämlich auch noch verziehen Wir haben gerade den fucking 99er Ronaldo gezogen Kann man mal machen Nicht schlecht Oh mein Gott Nicht schlecht, Herr Specht Nicht schlecht, Herr Specht Oh, damit hab ich null gerechnet Echt nicht Jetzt, no joke Ich hab damit nicht gerechnet Ich hab damit null gerechnet Ich hab keine Ahnung, was der momentan wert ist Aber das ist krass Holy Shit Ein fucking First Owner Ronaldo 99er Ronaldo Der aus welchem Grund auch immer ein höheres Rating hat Als der Totti Aber wir haben ihn First Owner Kann man mal machen Am Preisvergleich, was ist der momentan wert Was? 4,5 Millionen Und geht dafür wahrscheinlich nicht mal weg Niemals Holy Shit Danke FIFA Gold, dass ich heute FIFA angemacht hab Und gerade noch ein 50k Pack geöffnet hab I have been there too I have been there too